moin unboxing video was geschenke kriegt aus internet hier sind teile drin, Peltierelement da, Peltierelement und zwei konkret krasse Stepdownwandler cool naja, so war es jetzt. Keiner Witz am Rande. Ne, das war jetzt erstmal Riesendank an Lars, YouTuber Lars die Sachen sind heute endlich angekommen. Ah, ist geil! Mann, Alter, es ist Peltierelement zum Rumexperimentieren Riesendank auf jeden Fall falls eine meiner Abonnenten fragen, das ist ein TEC1-2706 ja, und halt dieser Stepdownwandler, unser China-Bomber TP4650, den ich so in dieser Ausstattung noch nicht hatte, für mich jetzt die dritte oder vierte Variante ja, Riesendank Lars, auf jeden Fall, ich freue mich sehr sehr über diese kleine, ja, über dieses kleine Geschenk hier Post-Dings-Da-Booms-Da, ist denn schon Weihnachten dann soll ich auch an dieser Stelle, schaut mal bei YouTuber Lars, ne, also YouTube, ja, also YouTuber Lars schaut mal da vorbei auf seinen Kanal, äh, hat coole Sachen da so, die Solar Show kann ich auf jeden Fall da sehr wärmstes empfehlen also, mein lieben Leute, dann, äh, lasst euch gleich beschenken und, äh, muy bien goodnach, bis denn denn